So im heutigen Video schauen wir uns den sogenannten Massendeffekt und die Bindungsenergie von Atomkernen an. Das ganze machen wir anhand des Beispiels eines Heliumatoms. Ein Heliumatom, das besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen im Kern und zwei Elektronen in der Atomhülle. Und wir wollen in diesem Video die Bindungsenergie dieses Atomkerns berechnen. Das heißt, wie viel Energie müsste man aufwenden, um diesen Atomkern wieder in seine einzelnen Bestandteile zu zerlegen. Das heißt, in zwei Protonen und in zwei Neutronen. Wie werden wir diese Bindungsenergie berechnen? Wir werden zuerst einmal die Masse des Atomkerns und einmal die Masse der einzelnen Teilchen berechnen. Dann werden wir sehen, dass dieser Atomkern leichter ist als die einzelnen Teilchen, aus denen dieser Atomkern besteht. Und aus dieser Massendifferenz können wir uns mit Hilfe der Formel E ist gleich mit C² die Energiedifferenz des Kerns und der einzelnen Teilchen berechnen und diese Energie, die ist dann die Bindungsenergie. Also machen wir das mal. Gehen wir das Ganze mal Schritt für Schritt durch. Wir brauchen für diese Rechnung einmal die Masse eines Neutrons, die Masse des Protons, die Masse eines Elektrons und die Masse eines Heliumatoms. Ich habe diese Massen in der sogenannten atomaren Masseneinheit U angegeben. Eine atomare Masseneinheit ist ungefähr 1,6 mal 10 hoch minus 27 Kilo, also eine extrem kleine Einheit. Ein Neutron hat ungefähr eine atomare Masseneinheit. Genauso ein Proton, ein Elektron ist viel leichter, das hat ungefähr 0,005 atomare Masseneinheiten. Und ein Heliumatom hat ungefähr vier atomare Masseneinheiten. Zuerst werden wir jetzt die Masse des Atomkerns des Heliumatoms berechnen und dazu ziehen wir von der Gesamtmasse des Atoms die Masse dieser beiden Elektronen ab. Und dann erhalten wir folgenden Wert. Die Masse des Atomkerns, das ist gleich die Masse des gesamten Atoms, minus den zwei Elektronen und dann erhalten wir 0,001505 atomare Masseneinheiten. Das ist die Masse des Atomkerns. Sie ist, dass die logischerweise etwas kleiner ist als die Masse des Gesamtatoms. Jetzt können wir uns den sogenannten Massendefekt berechnen. Der Massendefekt, das ist die Differenz der Massen der Einzelteilchen und des vollständigen Atomkerns, das heißt die Masse der Teilchen minus der Masse des Kerns. Wir haben zwei Protonen und zwei Neutronen, das heißt die Masse der Teilchen ist zweimal die Masse eines Neutrons plus zweimal die Masse eines Protons. Und dann für die Massendifferenz noch minus der Masse des Atomkerns. Und hier erhalten wir jetzt einen Wert von 0,003074 atomare Masseneinheiten. Das heißt du siehst, dass dieser Atomkern tatsächlich leichter ist als die einzelnen Teilchen. Das kann man sich folgendermaßen erklären, die Energie dieses Atomkerns, die ist kleiner als die der einzelnen Teilchen, weil wir müssen ja Energie aufwenden, um diesen Atomkern zu spalten. Und wenn wir Energie aufwenden müssen, um den zu spalten, haben die einzelnen Teilchen eine größere Energie. Und aufgrund der einsteinischen Formel ist die Energie proportional zur Masse. Das heißt, wenn die Teilchen eine höhere Energie haben, dann haben sie auch eine höhere Masse. So, jetzt können wir uns aus dieser Massendifferenz mit Hilfe dieser Formel die Bindungsenergie dieses Atomkerns ausrechnen. Das machen wir folgendermaßen. Wir müssen für die Bindungsenergie nur die Energiedifferenz der Einzelteilchen und des Kerns ausrechnen. Das heißt, die Energie der Teilchen minus die Energie des Kerns. Dazu verwenden wir diese Formel. Die Energie der Teilchen ist gleich die Masse der Teilchen mal c² minus die Masse des Kerns mal c². Jetzt können wir hier aus dieser Gleichung einmal ein c² ausheben. Und das, was wir jetzt hier stehen haben, ist ja nichts anderes als Δm. Das steht genau hier oben. Das haben wir uns schon ausgerechnet. Das heißt, die Bindungsenergie ist gleich Δm, die Massendifferenz, mal c². Wir müssen jetzt hier in dieser Formel eigentlich nur noch die Werte einsetzen. Wir wissen, Δm ist das hier und c² ist ja die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Hier machen wir uns das Leben aber einfach. Und zwar kann man mit diesen Einheiten etwas herumspielen. Dann sieht man, dass diese Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat gleich 931,5 Megaelektronenvolt pro atomare Masseneinheit ist. Dieser Wert, der kommt einfach raus, wenn du diese Einheiten in diese Einheiten umwandelst. Und diesen Wert findet man auch in vielen Formelsammlungen für c². Und der Wert bietet sich natürlich in diesem Fall perfekt an, weil wir auch hier die atomare Masseneinheit haben. Das heißt, setzen wir für Δm und c² diese Werte ein, dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Δm mal c². Wenn du diese beiden Zahlenwerte multiplizierst, dann solltest du auf 28,3 kommen. Die Einheiten sind auch ganz einfach, hier kürzt sich u weg und es bleibt nur noch Megaelektronenvolt übrig. Das heißt, die Bindungsenergie dieses Atomkerns ist gleich 28,3 Megaelektronenvolt. Diese Energie, die müsste man aufwenden, um den Atomkern zu spalten. Falls du dir jetzt noch weitere Videos zur Kernphysik und zur Radioaktivität anschauen willst, dann verlinke ich dir die Playlist, wo du diese Videos finden kannst, jetzt noch unten in der Videobeschreibung.